Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute eine Zuschauerfrage beantworten, die uns über YouTube erreicht hat. In dem Video, um das es sich dabei handelt, geht es darum, wie viel Energie, wie viel Fett kann man realistisch pro Woche, pro Monat verbrennen, wie viel kann man wirklich realistisch abnehmen. Falls du das Video nicht gesehen hast, ich verlinke es dir hier unten in der Beschreibung, da kannst du es dir nochmal anschauen, falls du Interesse hast. Die Zuschauerfrage, die uns erreicht hat, ist von Holger. Holger schreibt uns, es ist halt ziemlich komplex, so abzunehmen, dass das Fett verschwindet und nicht die Muskeln. Man braucht irgendein Cardio, das die Muskeln so belastet, dass der Körper sie nicht verstoffwechselt, dass andererseits aber auch 30 bis 60 Minuten durchzuhalten ist. Wenn man einmal im Monat auf Alkohol verzichten kann, dann ist das schon ein guter Test, ob man genug Disziplin und Willensstärke hat. Die Kalorien kann man sich echt schenken. So, teilweise stimme ich zu, teilweise bin ich ganz anderer Meinung und die Antwort siehst du jetzt in diesem Video. Dass es sinnvoll ist, ab und zu mal auf Alkohol zu verzichten, weil der Alkohol sehr viel Energie hat, sehr viel Kalorien enthält, da stimme ich absolut zu. Dass es sinnvoll ist, eine bestimmte Maßnahme einfach mal regelmäßig durchzuführen, um sich selber zu disziplinieren und seine eigene Disziplin zu testen, da stimme ich auch zu. Wunderbare Sache. Dass man ein Cardio-Training finden muss, was so intensiv ist, um Fett zu verbrennen, aber die Muskeln nicht zu verstoffwechseln und was man auch eine gewisse Zeit durchhalten muss, da stimme ich eigentlich nicht wirklich zu. Cardio-Training ist gut, Ausdauertraining ist wichtig und wertvoll für das Herz-Kreislauf-System und natürlich verbrennst du pro Zeiteinheit Training. Also wenn du zum Beispiel 30 Minuten Ausdauertraining machst, wunderbar Kalorien, das ist völlig okay. Aber ich bin der Meinung und ich empfehle dir, wenn du abnehmen möchtest, wenn du nachhaltig Körperfett reduzieren willst, mach auf jeden Fall ein Muskeltraining. Mach Krafttraining für alle großen Muskelgruppen. Fett wird immer in der Muskulatur verbrannt. Das ist Punkt 1. Muskeln verbrauchen Fett. Punkt 2 ist, dass im Altersgang, je älter wir werden, Frauen und auch Männer eine ganz natürliche hormonelle Anpassung und Umstellung haben und die Muskulatur im Altersgang weniger wird. Das heißt, wenn wir nicht Muskeltraining machen, wird unsere Muskelmasse jedes Jahr ein kleines bisschen weniger. Was passiert damit? Auch automatisch, unsere fettverbrennenden Einheiten werden immer etwas weniger. Also im Klartext, wenn du nie Muskeltraining machst, aber immer Ausdauertraining, wirst du immer ein gutes Herz-Kreislauf-System haben und du wirst auch letzten Endes Energie verbrennen, das ist gar keine Frage. Aber den altersbedingten Abbau der Muskulatur, der Muskelkraft kannst du durch Ausdauertraining nicht aufhalten. Und damit sinkt dann tendenziell trotzdem deinen Energieverbrauch und deinen Grundumsatz. Und potenziell hast du so eine größere oder höhere Gefahr, mehr Körperfett anzusetzen. Also wenn es darum geht, ein Kardiotraining zu finden, was intensiv genug ist, um Energie zu verbrennen, aber auch die Muskulatur hält, dann halte ich das für eine nicht ideale Idee. Um Muskeln zu erhalten, braucht es Krafttraining. Und ein maschinengestütztes Krafttraining ist eine wunderbare Möglichkeit, um das für nahezu alle Alters- und Gesundheitssituationen sehr passend zu dosieren und anzupassen. Das ist der erste Punkt, der Bewegungsteil. Der zweite Teil, wenn es darum geht, die Muskeln zu erhalten und vor allem die Muskeln zu erhalten in einer Ernährungs- oder Diätphase, ist die Ernährung selber. Ganz viele Leute machen den Fehler, dass sie, wenn sie abnehmen wollen, einfach nur weniger essen. Und wenn sie dann anfangen, Sport zu machen, was natürlich eine gute Idee ist, fangen sie an, einfach nur Ausdauertraining zu machen. Was aber passiert in unserem Körper, wenn wir einfach nur weniger essen, also weniger Kalorien zuführen? Der Körper wird bemüht sein, ein Gleichgewicht herzustellen und er wird seinen Stoffwechsel ein kleines bisschen runter regulieren. Und was macht er dafür? Er gibt Muskulatur her. Er wird Muskulatur abbauen. Was können wir machen, um dem Körper zu signalisieren, dass die Muskeln gebraucht werden, dass er sie nicht abbauen soll? Da gibt es genau zwei Möglichkeiten für. Die erste Möglichkeit oder eine Möglichkeit ist, das angesprochene Muskeltraining, Krafttraining zu machen. Denn wenn der physiologische Reiz da ist, dass der Körper den Muskel einsetzen muss und dass er ihn braucht, dann wird er ihn erhalten. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, in der Grundernährung, in unserer Basisernährung muss ausreichend Eiweiß enthalten sein. In jeder Mahlzeit, die man isst, morgens, mittags, abends und auch wenn man zwischen Mahlzeiten isst, muss eine ordentliche Portion biologisch hochwertiges Eiweiß enthalten sein. Ob das jetzt vegetarisch ist, über Hülsenfrüchte, Nüsse und ähnliches oder Sojaprodukte, was man einfach essen möchte. Ob das über Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte ist, das lassen wir einfach mal dahingestellt. Aber der Körper braucht, um seine Muskeln zu erhalten, Eiweiß. Und nur wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, der physiologische Reiz auf den Muskel und das Eiweiß als natürlicher Baustoff für die Muskulatur, nur dann bleibt Muskulatur erhalten. Und nur dann habe ich eine Chance, die Muskulatur auch dann zu erhalten, wenn ich eigentlich eine Kalorienreduktion mache, also weniger Kalorien aufnehme, weil ich abnehmen möchte. Es wird nicht funktionieren, die Muskulatur eins zu eins und hundertprozentig zu erhalten. Jemand, der eine Diät macht, wird immer auch ein kleines bisschen Muskulatur verlieren. Das ist fast unvermeidlich. Aber jemand, der Muskeltraining macht und auf seinen Proteinhaushalt achtet, wird nur sehr wenig Muskulatur abbauen, während er aber viel Körperfett verbrennt. Jemand, der in Anführungsstrichen nur Herz-Kreislauf, sprich Kardiotraining macht und nicht auf seine Proteinernährung achtet, wird sehr wahrscheinlich auch einen sehr großen Teil Muskulatur verlieren. Dieses Programm ist einfach in unserer Physiologie so angelegt, das hat der menschliche Körper seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen über die Evolution gelernt und sich einfach eingeprägt. Das können wir nicht wirklich umgehen. Ich hoffe, ich konnte dir was weiterhelfen, auf deinem Weg Körperfett zu verbrennen, Körpergewicht zu verlieren. Wenn du Fragen hast oder anderer Meinung bist, dann schreibe es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.